Wieso darf ich das nicht spielen? Wieso du das nicht spielen darfst? Ja, also bekommen, also für mich. Warte mal kurz, nochmal ganz kurze Besprechung. Wie alt bist du? Zwölf. Zwölf. Die anderen bekommen das auch. Und genau ihr seid die Leute, die andere Mütter ficken, ne? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute spielt mein kleiner Bruder mal Call of Duty. Und Face the Death hat das ja auch mit seiner Schwester gemacht, aber... Ja, okay, Connor sieht auch aus wie meine Schwester mit den Haaren momentan. Aber wir nehmen das ganze Video jetzt mal direkt auf und... Hast Bock? Vor allem, er will unbedingt Call of Duty zu Weihnachten haben, aber er darf es nicht. Meine Eltern haben ein richtig gutes Durchsetzungsvermögen. Was ist denn los? Weißt du aber, was du jetzt machen musst? Die anderen kennenlernen. Die anderen kennenlernen. Ich meine, du musst erst mal ein Spiel suchen, oder? Ja, okay, geh auf Core. Geh auf 3 for all. 3 for all. 3 for all. So Leute, ich hab eben vergessen, er aufzunehmen. Und... Jetzt geht's erstmal direkt wieder richtig los. Ähm... Connors Spiel frei für alle auf Redwood. Okay, den einen Tod hat er eben reinbekommen. Das war aber... Nun ja. Ja, weil wir halt nicht aufgenommen hatten. Und... Deswegen sagen wir es einmal so kurz. Er hat noch keine Tode und ab jetzt zählt das jetzt alles. Alter, das Aim nachladen. Connors. Jetzt von der Seite! Schieß! 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 Oh mein Gott! Was geht mit dir denn ab? Was geht ab dieser Doppel-Jump? Gebt euch das einfach mal. Da hast du... Du spielst doch Call of Duty geheim, oder? So... Der Move! Oh, hättest du den bekommen? Du kannst jetzt mal 4 drücken. Erst mal gucken, wo 4 ist. Und jetzt? Ähm... Ja, lauf mal irgendwie... Hey! Da oben rein. Wieder reinjumpen. Weiß ja wo, ne? Ja. Da vorne! Das hast du doch gesehen, oder? Ja, später. Ja, hast du schon tot was, ne? Leute, das Aim ist so heftig. Dafür, dass er... 12 ist? I guess? Jo! Oh, guck mal! Hier ist ne Leiche! Hoch, 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 hoch! Connor, was nützt? Warte... Ne! Den kriegst du nicht! Scheiße! Du bist doch einfach drauf! Du hast doch schon nachgeladen! Aber ich hab ne gar nicht so schlechte Idee, da einfach wieder abzuhauen. Spring da oben rein wieder. Und zieh schon immer so vorher mal. Wie hat der das gemacht? Was hast du gerade gesagt? Wie hat der das gemacht? Das ist irgendwie so, hm? Ach so, äh, musst du sprinten? Und dann C drücken. Ne, andere, andere, da vorne ist noch einer! Huh! Liebe Abborn! Das war unfair! Unfair? Unfair heißt das also bei dir? Ja! Ja, hä, wie in der Luft?! Hä? Hä? Ach so! Oh Gott! Hast du grad echt E gedrückt! Zum Laufen! Ich kann nichts machen! Abstauern! Abstauern nimmst du das? Aber immerhin hast du noch nen Kill bekommen! Wie stehst du gerade? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wollen willst du jumpen? Wollen wolltest du gerade? Hallo! Voll die Ninja! Oh Gott! Die haben vielleicht auch Totenschütter dabei! Da vorne ist einer... Du musst auch nicht einfach drauf schießen! Du musst den Gegner ja auch sehen! Weißt du was ich mein? Du kannst ja nicht einfach sagen... Ja ich schieß da jetzt hin! Ohne dass da überhaupt irgendwie... Einer so richtig lang läuft! Das macht ja gar keinen Sinn! Mann! Mann! Ich kann gar nicht schießen! Dieses... Danach! Ey! What! Headshot! Haut der raus! Haut der raus! Du Camper, ne? Einfach in jeder Ecke hocken, ne? So wie du es immer machst, ey! Aber ey! Ganz ehrlich! Für das erste Match... Das ist also vom... Cookies, did you boost your nuked out or something! Die Leute denken gerade im Chat, dass ich absichtlich so schlecht spiele, dann bin ich eine schlechte Kadea! Oh mein Gott! Nett! Nett! Äh... 6,19... Ja das kennst du... Die Leute kennen das halt nicht von mir, ne? 6,12 oder was soll ich hin? 6,12 wäre ja noch gut, Connor! Du hattest 6,19 oder sowas! Ja aber ey! Jetzt willst du wenigstens positiv gehst, okay? Ja... Lief jetzt einfach, dann bist du positiv! Richtig witzig! Was ist das für ein Arschloch? Was ist der? Der war die Oli! Geh links! Geh links! Oh! Rechts! Jumpen und nicht schießen bringt nichts! Weil der dich immer noch killen kann! Schieß doch! Da hinten geht zu lang! Warte, warte! Andere Seite! Andere Seite! Links! Da muss noch hinten! Da hinten! Auf die andere Plattform! Was ist das? Was ist das? Was? Ja genau! Da geht's hin! Aber das Problem bei dir ist... Wo ist denn der? Das Problem bei dir ist, ne? Du zielst nie! Ich zähl die auch nie! Setz ne Brille auf! Keine Ahnung! Close! Der war schon tot! Ne! Nicht ganz! Einschuss hat gefehlt! Genau! Einschuss! Was ist denn das? Und renn! Und schieß! Von Free Fire! Oh! Oh mein Gott! Connor, wie stehst du? Kannst du kurz nachschauen? 05 oder so! Du schreibst gerade! Ich drückte! Achso! Anfängerfehler! Du Noob! Hinter dir! Hinter dir! Zier schon! Zier schon! Nicht! Zieren und schießen! Z... Zieren! Okay! Weg! 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 Oh! Was?! Er killt ihn einfach! Den hätte ich nicht mehr selbst hinbekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck! Nice! Drück mal 4! Erstmal gucken wo 4 ist! Oh! Scheiße! Ja! Deine Tastatur ist scheiße! Meine Tastatur ist scheiße? Vielleicht liegt es auch einfach an dir Connor! Jump! Wenn du den kriegst gebe ich dir 100€! Ey! Ich hätte es dir echt gegeben! Aber... Aber Spaß! Was ist denn das?! So Hurensohn! So Hurensohn! So Hurensohn! Haut der raus wieder ey! Oh! Der ist tot! Und jetzt... Langsam wirds oder langsam wirds! Ey! Achso! Oh nein! Ich schon wieder ey! Das ist sogar nicht! Aber jetzt ganz langsam anaimen schon mal. Nice! Mit der letzten Verbrunung ist es noch eine Headshot bekommen. Da ist noch einer, hau ab, hau ab, hau ab, dann dreh dich um und aim auf, du musst aimen, mit der Wache ist es sehr wichtig zu aimen. Was für ne Pussy? Hast du den nicht gesehen? Nein! Ich glaube dein Problem ist eher, nicht das Aim, ok doch, pass auf, du versuchst jetzt zu aimen, ne? Ich meine, lauf einfach mal weiter, such die Gelegenheit erstmal. Aber wenn du aimst und aimst als erstes komplett woanders hin, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Weißt du, ich mein? Ja, aber ich muss jetzt mal gucken. Gut, vier wieder. Ich fahr voll schnell, der kann mich gar nicht killen. Der ist wesentlich besser als du. Und ich auch. Oh, 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 besser. Besser als eben. Wird aber, glaub ich, noch schlechter Kunde. Hä? Hä? Nö. Was für ein Hexjunge? Wie viel hat der geschluckt? Bestes Aim, bestes Aim, was ich jemals im ganzen Leben gesehen hab. Connor, nicht in der Ecke hocken. Hä? Hä? Oh Mann. Das ist ein Unheelator. Hast du keinen Bock mehr? Anvisieren mal immer. Du vergisst immer zu aimen. Rechts, rechts, rechts. Gut, jetzt rechts. Gut, jetzt rechts. Gut, jetzt rechts. Du hast vier auch ready? Er guckt immer schnell. Als ob das so schwer ist zu wissen, mit dem Finger einfach auf vier gehen. Wo ist denn das Problem? Ich bin der W5. Nein, 51. Ach ja. Also Leute, das war's von diesem Video. Wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da. Dann hauen wir so eine kleine Serie raus. Wenn ihr da drauf Bock habt, dann mach ich mal ein Video, wie ich Connor trainiere. Du COD sehr witzig. Ich hab'n Mädchen gewinnt. Oh Mann. Connor. Also Connor, wie findest du Call of Duty so? Cool. Cool? Cool. Äh, was? Ja, cool. Ja, cool? Cool? Handbewegung? Cool. Cool, Leute. Cool. Also das war's von uns. Das haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.